ich hoffe zum Gott auf 2 es wird in den Tragerstein ziehen ungewollt nepp wir sind ja schon Profis Patatso Patso so 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 und so und Abmarsch ich bin schneller gleich in die Züge und dann gealtert diesmal dies ist doch Scheiße geworden das ist mit Kabel für keine Pfarrer Klasse. Oh Mann, ey. Jetzt werden hier noch... So, jetzt rufen wir auch noch Leute an, mitten in der Aufnahme. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Wir müssen so hier konzentrieren, Freunde. So, jetzt kriegen wir gleich das nächste Handy wahrscheinlich. Toll, ey. Wobei die Spinne jetzt wieder angerufen hat. Oh Mann. Ah, wir lassen es jetzt so. Ach, Kacke, ey. Kurze. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Das ist hier echt ne scheiß Fahrgasse geworden. Naja, wir können sie halt nie mehr ändern, ne? Müssen wir halt das bisher ausmachen. So. So. Planen wir jetzt eigentlich die Fahrgasse da rumzuziehen. So. 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 ... So. So war der Plan. Ob das gleich aufgeht, werden wir jetzt gleich sehen. Ich hoffe, das passt jetzt gleich noch von der Breite hin. Das könnte knapp werden mit einer Farbe. Jetzt kommt gleich die Farbe. Ne, müsste es ja nicht klappen sogar. Wenn sich das jetzt so eine Teilbreite verknallt, dann raste ich aus. Dann raste ich aus. Das passt hundertprozentig nicht. Ich sehe es doch schon kommen. Mit den letzten Millimetern jetzt. Warum ist die jetzt schon wieder hier? Ach, ich kriege die Pimpanellen hier. So. Einladen, durchziehen. Halbwegs vernünftig. So. Ich kann da mal einen Arsch drauf wetten, dass das jetzt gleich nicht passt, ey. Kommt so. Ich sehe es schon kommen, ey. Siehste. Hm. Tja. Machen wir jetzt. Machen wir, dass hier einfach jetzt so zur Endung gut ist. Ganz einfach. Wenn es jetzt gar nicht anders geht. Na ja, mein Gott, dann reit eh nicht. Du bleibst jetzt hier halt ein bisschen verschont von dem Büger. So. So. Soll runter, du Ochse. Ey. Was machst du denn jetzt hier wieder? Scheiße, du. Oh, Kacke baut er. So. So. Dann haben wir jetzt hier zwei, drei Mal dann runter. Und dann haben wir doch. Ja, wir haben ja. Einer Stunde alles geschafft. Das weitere zu drillen. Und, äh. Jo. Ist doch nicht schlecht. Ist das alles hier wieder stressig und aufregend heute? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. So, wie machen wir es jetzt hier? Dann fangen wir hier so schräg rein, ne? Machen wir es einfach so. Genau. Piep mal. Dann wird merkbar, dass du überhaupt noch lebst. Oh Gott, was ist das denn jetzt, ey? Was ist das denn für eine Scheiße? Und jetzt gleich sofort. So. So. Das Bono-Reiser raus. Und dann fahren wir hier nochmal rum. Oh Gott. Boah. Ich hab ja, oh, oh, Mann. Wir sind von allen Seiten hier abgelenkt, Leute, ey. Irgendwie das Telefon oder Auspuff, die ich passte. Oh. Schlimm ist das. Irgendwas bedroht oder belästigt dich immer. Na. Mal gucken, dass ich irgendwie den Kreis hier abwechselnd kriege. Oh, um aber bei für den Schungel aufrecken. So. Komm mal da. So. Jetzt fangen wir mal langsam hier um die Kurve. Guck mal. Guck mal. Oh, wie schön. So. Dann lassen wir das jetzt einmal hier in einem Kreis rum. Ganz einfach. Mhm, 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 mhm. Geil doch. Geil doch. Perfetto. So. Geil doch mal. Oder versuchen jetzt mal. Äh. Die. Äh. Alter. Ich fress gleich. Das Mikrofon. Um die Rille wegzubringen. Und dann haben wir das doch fertig. Mensch, ist das nicht schön. Oh, ist das schön. Ich habe den Ausgas durch. zurückgeben ja auch Gott sei Dank wir haben wieder unsere Ruhe bis zum nächsten Mal Maislo rumlegen muss ich mir irgendwas einfallen lassen und sonst muss ich mir irgendwas kommentieren oder selber bauen, weil das ist kacke das ist alles scheiße 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 die wir hätten gerade nochmal schnell unsere Reifen umziehen können so, ah hm 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 machen wir das mal schnell sauber Schotterhof den ganzen Schlamm runter waschen da sieht ja schon nix mit dem Schein der ab ey sieht der aber auch aus grundlader grundlader ach kommt man jetzt nicht ran egal hier bauen wir das Gewicht ab stellen wir uns hin, wollen wir uns hier hinstellen das ist ja gar kein Problem das ist ja gar kein Problem schluck hier du hei ey BD, Pflegerreifen, ja. Pflegerreifen finde ich den noch süßer. Oh, süß. Och, Zuckerbärchen. Er hat ja so schon die perfekten dünne Bereifen, aber mit Pflegerreifen, ey. Oh, der Zucker süß, ey. Ach ja. Siehste da? Ja, vorwärtsschildschäder. Habt ihr gesehen, links. Ich bin noch nicht blöd. So. Und dann können wir da den Knader hinterknoten. No, da kann man mal gucken, was man damit macht, ne? Haben wir den zumindest auf jeden Fall mal zum Spritzen umgebaut. Und das ist auch schon mal gut. Das ist auch schon mal YouTube-Ut. пойmen dann auch schon mal lustig. Hier ist noch ein paar Spritzen. Dann wird er auch gleich komplett sauber gemacht, ne? Wir machen ja hier keine halben Sachen. Vorsichtig. So, haben wir doch. Gut, Freunde, dann mach ich jetzt auch mal kurz ein kleines Aufnahmepäuschen. Rendern das schon mal, dass wir zumindestens Montag wieder die ersten Folgen hochgeladen werden. Und ja, wir sehen uns dann wieder später, ne? Bis die Nähne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.